Ja, seid alle herzlich gegrüßt an diesem wunderbaren Morgen. Es ist wunderbar, wenn der Herr da ist, dann ist es immer wunderbar. Und ja, es ist toll, wenn wir uns Gedanken machen können, gemeinsam über diesen Gott, der uns so sehr liebt. Und ja, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, was geschieht in unserem Leben, aber so wissen wir doch, er trägt uns, wir sind nicht allein, er ist da. Das haben wir auch eben gehört in diesem Zeugnis von dieser heimgegangenen Schwester, ja, dass sie sagt, hadert nicht mit Gott. Ja, wir verstehen nicht immer alles. Und mir ist es wichtig, dass wir ein richtiges Vaterbild haben. Viele Menschen lehnen Gott ab, weil sie Gott Dinge zuschreiben, die er gar nicht getan hat, die er gar nicht wollte. Und wir wollen heute Morgen einmal gemeinsam hineinschauen in das Vaterherz Gottes, die Vaterschaft Gottes, da geht es heute Morgen drum. Und ich möchte dazu einen Text lesen, der sehr bekannt ist, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 31 bis 32. Es geht um das Gleiche vom verlorenen Sohn. Und da heißt es ab Vers 11 in Lukas 15, Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und der begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf, und er ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wie lebendig geworden und er war verloren und er ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein ältester Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber, der ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ja, es ist eine Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die in falschen Gottesbildern gefangen sind. Deswegen können sie sich auch diesem Gott nicht öffnen, diesem Erlöser Jesus Christus, den Gott gesandt hat. Sie sind gefangen. Dabei haben sie eigentlich gar nichts zu verlieren, Jesus anzunehmen. Das Einzige, was man zu verlieren hat, sind die Ketten, mit denen man gebunden ist. Satan versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass wir ein gesundes Gottesbild haben. Leider ist es wirklich so, dass in dieser Welt schreckliche Dinge im Namen Gottes geschehen sind oder vielleicht auch geschehen, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Was wird Gott alles zugeschrieben? Die Kreuzzüge, das Leid, das Unheil, Katastrophen, Missbrauch werden ihm zugeschrieben oder angelastet. Obwohl Gott das gar nicht wollte, gar nichts damit zu tun hat. Viele Dinge in dieser Welt geschehen nach dem Kausalprinzip, nach Ursache und Wirkung. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Da gibt es Ursachen, aber die sind nicht Gott zuzuschreiben. Das sind Wirkungen von Dingen, die oftmals der Mensch verursacht hat, die durch den Sündenfall in diese Welt gekommen sind. Und dadurch wird Menschen ein falsches Gottesbild vermittelt, das dann dazu führt, dass sie Gott ablehnen. Es sind diese falschen Bilder, diese falschen Gottesbilder, die uns verwirren, Menschen verwirren, die uns von Gott möglichst fernhalten wollen. Das hat Satan schon im Paradies mit Adam und Eva praktiziert, indem er sie belog, Zweifel an Gottes Güte in ihre Herzen säte und sie mit einem falschen Gottesbild verführte. Und wisst ihr, leider redet diese Schlange noch immer, heute noch und treibt ihr Unwesen. Menschen leiten ihr Gottesbild von falschen Erfahrungen ab und sie sind so der Meinung, dass Gott nichts vertrauenswürdig sei. Falsche und zerstörerische Vorstellungen belasten den Glauben in unnötiger Weise eigentlich. Und so leben die Betroffenen in sicherer Distanz von Gott, der doch eigentlich wie der liebende Vater Ausschau nach ihnen hält, dass sie endlich nach Hause kommen zu ihm, dass er sie mit seiner Gnade und Barmherzigkeit, mit seiner Liebe überschütten kann. Jeder gläubige Christ hat auch ein Gottesbild in sich. Er hat eine Vorstellung, wer Gott ist, wer Gott ist und wie Gott ist. Und diese Gottesbilder, die sind aber in jedem Fall unvollständig, denn all unser Wissen ist Stückwerk. Und das ist der Grund, warum wir Gott nicht einrahmen sollen oder von Gott ein Bild machen, weil er immer größer ist als das Bild, was wir von ihm machen. Der Mensch ist seit dem Sündenfall im Paradies Gott entfremdet worden. Und er kann mit seinen eigenen Möglichkeiten, die er hat, keine absichtige, keine richtige Vorstellung von Gott entwickeln. Er wird da immer an seine Grenzen stoßen. Gott ist größer. Gott ist immer mächtiger. Wir stoßen an unsere Grenzen der Vorstellungskraft, die wir als Menschen haben. Gott sprengt jeden Rahmen und deswegen können wir ihn nicht einrahmen. Wir können ihn nicht kontrollieren. Gott ist unkontrollierbar. Deshalb sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns in seinem Wort zu erkennen gibt, dass er sich in seinem Wort offenbart, in dem Wort, das Christus zum Zentrum hat. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus verleiblicht und sich in unsere menschlich-geschöpfliche Sprache und redeweise hineinbegeben, dass wir Gott überhaupt beschreiben können. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, um den Menschen das nahe zu bringen, wie der Vater ist, das Vaterherz Gottes aufzuzeigen. Jesus gibt uns in diesem Gleichnis einen tiefen Einblick in das wahre Vaterherz Gottes und illustriert Gottes erstaunliche Liebe, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, selbst für undankbare Kinder. Gott, der Schöpfer, ist das Urbild aller Vaterschaft in dieser Welt. Leite Gottes Vaterschaft nicht von der menschlichen Vaterschaft ab. So viele sind frustriert, enttäuscht, vielleicht über ihren erdischen Vater. Aber Gott ist das Urbild aller liebenden Vaterschaft. Wisst ihr, göttliche Vaterschaft ist anders. Manche sagen, wenn man hört Gott als Vater sagen, hör mir bloß auf. Also wenn du den Vater gehabt hättest, den ich gehabt hätte, dann lehnen Gott ab, weil sie einen schlechten Vater hatten. Aber Gott ist anders. Tim Keller gebrauchte folgende Illustrationen, um die Bedeutung dieses Gleichnisses für uns herauszustellen. Er sagte, wenn die Bibel ein See wäre, dann ist unsere heutige Geschichte, also dieses Gleichnis, eine Stelle im See, wo man am tiefsten in den See hineinschauen kann. Jesus wollte die Zuhörer tief hineinschauen lassen in das Vaterherz Gottes. Martin Luther schrieb, wenn die ganze Bibel verloren ginge und es bliebe nur dies eine Gleichnis übrig, so wäre alles gerettet. Wir wollen heute darüber nachdenken, was dieser Text, diesen beiden Zielgruppen des Gleichnisses, nämlich den Zöllnern und Sündern und den Pharisäern und Schriftgelehrten bedeutete und was es uns heute zu sagen hat. Und ich komme einmal zum ersten Punkt, der geduldige Vater. Was mir da auffällt in diesem Gleichnis, das ist, dass dieser Vater eine Geduld hatte, die unbeschreiblich ist. Der jüngere Sohn eines vermutlich reichen Gutsherrn hält es zu Hause nicht mehr aus. Er hat keinen Bock mehr, sich von seinem Vater Vorschriften machen zu lassen. Er will hinaus in die Welt. Er will etwas erleben. Und dafür braucht er Geld. Viel Geld. Ist nicht immer so wie dieser junge Mann, der mit 50 Euro die Welt umreist hat, ich glaube in drei Jahren. Er brauchte viel Geld. Er brauchte sein Erbe. Wisst ihr, der jüngere Sohn, der liebte den Reichtum oder den Segen des Vaters mehr als den Vater selbst. Den Vater lehnte er ab, aber den Reichtum, den wollte er haben. Damit wollte er sich ein schönes Leben machen, wie er dachte. Das Leben wurde ja gar nicht schön. Was er dann tut, ist ungeheuerlich. Das ist unverschämt. Das ist krass. Das war provozierend, was er dort macht. Er will, dass der Vater ihm vorzeitig sein Erbe auszahlt, obwohl noch gar nicht verstorben war, der Vater. Zu Jesu Zeiten war so eine Dreistigkeit einfach unvorstellbar. Deswegen erzählt Jesus das auch so. Das waren die Emotionen, die er hervorrufen wollte bei den Zuhörern. Das sorgte für Aufmerksamkeit. Hör mal, was der da erzählt. Das kann doch nicht wahr sein. Das Erstaunliche, der Vater wehrt sich nicht. Sondern er teilt sein Erbe aus und lässt seinen Sohn gehen. Er tut das, ohne bitter zu werden. Er tut das, ohne Anklage, ohne Rachegefühle. Warum tut er das? Weil er sein Kind liebt. Der Sohn macht sich auf den Weg in die Fremde. In der Erwartung, nun sein Leben in vollen Zügen, weit weg von daheim genießen zu können. Aber was findet er draußen in der Fremde, abseits vom Vater? Er findet nur etwas für die Sinne. Eigentlich war es sinnlos, was er dort gemacht hat. Er findet etwas für die Sinne. Aber er findet nichts für seine Seele. Der Weg seines oberflächlichen Lebens, was er dort führte, ohne den Vater, sowie die Verschwendung und des Verlusts war ein Weg abwärts. Ein Weg, der langfristig in Abhängigkeit und Armut führte. Das Verhalten des jüngeren Sohnes lässt sich geistlich gut auf die Verlorenen in dieser Welt übertragen. Wisst ihr, der himmlische Vater, der zwingt uns nicht, unsere natürlichen Gaben in einer bestimmten Art und Weise zu gebrauchen. Er hat sie uns anvertraut. Und er belässt uns, er belässt dir die Entscheidung, was du damit tust. Und er lässt uns gehen. Er lässt uns einfach gehen. Er lässt es zu, dass wir uns selbst verwirklichen und schränkt unseren Freiheitsdrang nicht ein. Wenn wir meinen, dass wir uns von Gott emanzipieren müssen, lässt er auch das zu. Er zwingt uns nicht, seinem Ruf zu folgen. Er möchte aus freien Stücken geliebt werden. Er möchte den Sohn nicht zwingen, daheim zu bleiben, wenn er nicht selbst erkennt, wie schön es beim Vater ist und wie sehr er ihn liebt. Und dass er nur verlieren kann, wenn er den Vater verlässt. Aber der Vater, er lässt es zu. Er möchte, dass der Sohn erkennt, dass er versteht, wie tief die Liebe des Vaters ist. Gebrauchen wir das, was uns an Gaben und Talenten zur Verfügung steht, zu Hause bei ihm, beim Vater? Oder vergolden wir sein Vermögen in der Fremde? Mit anderen, die eigentlich den Vater ablehnen, die ihm nichts bedeuten. Denen der Vater nichts bedeutet. Lasst uns dabei bedenken, dass vielerlei Vergnügungen, die man mit Vermögen finanzieren kann, auch mit dem Vermögen, was ihr eben gegeben habt, vorhin bei der Kollekte, dass das oftmals keine echte bleibende Freude vermittelt. Wisst ihr, Spaß kann man vielleicht haben für Geld, aber Freude, das ist was anderes. Freude, nachhaltige Freude kann man nicht kaufen. Die Freude, die Gott schenkt, die hat nicht nur Bedeutung für dieses Leben, sondern auch für das Leben danach. Es wird Freude sein. Im Himmel wird Freude sein und Herrlichkeit. Das ist, was Gott uns geben möchte. Das ist, was er vermittelt. Ein Leben in Verbundenheit mit Gott ist weitaus befriedigender und hoffnungsfroher als das, was dieser verlorene Sohn dort getrennt vom Vater erlebt. Eigentlich war es ein Leben in Gebundenheit. Wir können es entscheiden, ein Leben in Gebundenheit oder ein Leben in Verbundenheit mit dem Vater. Viele Menschen leben ein Leben in Gebundenheit, sind an Satan gebunden. Aber Jesus bedeutet Freiheit. Wir sollen das von uns geschenkte Potenzial, von Gott geschenkte, so einsetzen, dass es nicht nur uns selbst dient, sondern anderen und Gott ehrt. Das ist, was Gott möchte. Aber der Vater war so geduldig. Er wusste das ja alles. Der Vater wusste ja, was passieren würde. Er hat ja viel mehr Lebenserfahrung gehabt als der Sohn. Und er wusste es. Aber er hat Geduld. Er lässt ihn ziehen. Er weiß, er kann ihn nicht zwingen, ihn zu lieben. Ich komme zum zweiten Punkt, den ich aufzeigen möchte. Der wartende Vater. Der Vater war nicht nur geduldig, sondern er war auch ein Vater, der auf sein zurückkehrendes Kind wartete. Die Träume des jüngeren Sohnes sind der Realität gewichen. Das sehen wir hier in diesem Gleichnis. Er hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Aber der Erfolg, den er sich erhofft hat, der ist ausgeblieben. Sein Vermögen wird völlig aufgebraucht. Obwohl bei seinem Vater Überfluss herrscht. Er leidet eher Not und Mangel. Schweine galten damals als unrein. Tiefer konnte man kaum fallen, als Schweine hüten zu müssen. Und nicht einmal von dem Futter essen zu dürfen. In diesen drastischen Bildern schildert Jesus den Menschen, der um seine Freiheit und Selbstständigkeit willen, den Vater verlässt. Und in der Gottesferne, in die Tiefen der Sünde stürzt und am Ende sogar seine menschliche Würde verliert. Wir müssen Gott nicht verlassen, um uns verselbstständigen zu können. Sondern auch bei Gott dürfen wir Selbstständigkeit erlangen. Aber Gott weiß, was für uns gut ist und was uns nicht gut tut. Und wir sehen das hier. Dieser verlorene Sohn hat sein Leben allein in die Hand genommen. Ohne den Vater. Und am Ende hat er Schiffbruch erlitten. Das möchte Gott nicht. Und was macht er schließlich? Er sucht Hilfe bei einem Bürger des Landes. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, kam mir das so in den Sinn. Denn er vertraute in seiner Not auf erdische Retter. Das wollen wir nicht tun. Wenn wir in Not sind, das macht er ja später, lasst uns vertrauen auf den himmlischen Retter. Lasst uns auf Jesus vertrauen in unserer Not. Suche nicht erdische Erlöser. Suche nicht erdische Hilfe. Sondern suche den Vater. Denn der Vater sehnt sich nach dir. Er wartet auf dich. Der verlorene Sohn besinnt sich, am Ende aber doch. Er besinnt sich, einen riesigen Fehler gemacht zu haben. Und dieser Tiefpunkt in seinem Leben führt zu Bußfertigkeit und Umkehr. Aber wisst ihr was? Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir so tief sinken, bevor wir uns besinnen. Der verlorene Sohn erkennt, dass er alleine nicht mehr klarkommt. Er ist schonungslos ehrlich zu sich selbst. Er hat die Erfahrung gemacht, dass ein Leben ohne den Vater nicht die Freiheit bedeutet, die er suchte. Sondern im Grunde ein freudloses und hoffnungsloses Umherirren ist oder Herumirren auf der Suche nach dem, was er zu Hause schon hatte. Das, was er gesucht hat, das hatte er zu Hause in Fülle. Er hat es nur nicht erkannt. Er hat es nicht gesehen. Der Reformator Kelvin, der hat einmal gesagt, wer sich also selbst erkennt, der wird dadurch nicht nur angeregt, Gott zu suchen, sondern gewissermaßen mit der Hand geleitet, ihn zu finden. Dem verlorenen Sohn wird bewusst, dass er zu Hause, dass er es zu Hause hätte viel besser haben können. Und Schuldgefühle quälen ihn. Doch am Ende trifft er die richtige Entscheidung. Die Energie, die den verlorenen Sohn nach Hause führt, ist die Güte und die Liebe des Vaters, an die er sich in seiner Not erinnert. Wie gut, wenn wir uns in Not, in Schwierigkeiten daran erinnern, da ist ein liebender Vater im Himmel. Der sieht uns, der kennt uns. Der ist da. Jesus wird uns nie alleine lassen. Er hat gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Der Vater hat Jesus gesandt, um uns noch näher zu sein, damit wir ihn noch besser begreifen und ergreifen können, weil man Gott gar nicht so begreifen kann. Aber in Jesus nahm Gott noch mehr Gestalt an, menschliche Gestalt. Um diese Liebe noch mehr zum Ausdruck zu bringen. Bei der Rückkehr dieses verlorenen Sohnes geschieht etwas Überraschendes. Der Vater erwartet den Sohn bereits. Sehnsüchtig hat er Ausschau nach ihm gehalten. Und dann endlich sieht er ihn. Schließlich lässt der Vater alles stehen und liegen. Er läuft dem Sohn entgegen. Er fällt ihm um den Hals. Voll Mitleid. Er begrüßt ihn. Überschwänglich. Und lässt ihn in seiner Liebe verspüren. Und dann will der Sohn seine Schuld bekennen. Und will ihm sagen, dass das, was er da gemacht hat, dass das nicht gut war, dass das ein Fehler war. Und will sich entschuldigen bei dem Vater. Aber der Vater, der kostet dieses Schuldgeständnis nicht aus. Er sagt nicht, siehste, habe ich dir doch gesagt. Das wusste ich schon vorher. Nein, er macht ihm keine Vorwürfe. Auch hier, er weist er sich in seiner Geduld und Barmherzigkeit. Kein Wort der Anlage, kein Wort des Vorwurfs. Stattdessen ruft der Vater die Dienerschaft dabei. Um den Heimgekehrten wieder in seine Sohnschaft einzusetzen. Wisst ihr, so ist der Vater auch uns zugewandt. In seiner bedingungslosen Liebe. Und daran sollten wir nie zweifeln. Es gibt Menschen, die meinen, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe einmal Jesus erlebt. Ich weiß um die Liebe Gottes. Und habe mich von ihm entfernt. Und denken oder sagen auch, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Die wird nie vergeben. Und wollen und sträuben sie oder haben Angst, zurückzukommen zu Gott, weil sie meinen, der Vater wird mich nie mehr akzeptieren. Er wird mich nie mehr annehmen. Das sollten wir nie denken. Der Vater hält Ausschau nach uns. Er will, dass wir zu ihm zurückkommen. Habe keinen Zweifel daran. Wenn du Zweifel in deinem Herzen hast, diese Zweifel sind nicht von Gott, sondern von seinem Gegenspieler, der nicht will, dass du Rettung findest, dass du heimkommst zu ihm, zum Vater. Wisst ihr, der Vater ist bereit. Er ist bereit, auf unsere Rückkehr vorbereitet. Er will uns willkommen heißen. Da ist der Reichtum des Evangeliums der Gnade. Das ist der Reichtum, verstehen wir das, dieses Heimkommen zu dürfen. Ich darf heimkommen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, weil ich gesündigt habe. Jesus hat bezahlt für mich. Ich darf heimkommen zu ihm. Gott will uns ermutigen. Jesus will uns ermutigen mit diesem Gleichnis. Das ist das Vaterherz Gottes. Wisst ihr, Satan, der treibt uns in die Verzweiflung. Und der schickt uns, bildlich gesprochen, zu den Schweinen. Aber Jesus, der schickt uns nach Hause. Bei dem Fremden, bei diesem Mann, wo er da angestellt war, da waren nur die Schoten der Schweine für ihn zum Essen, die er sich nicht traute zu essen, weil sie ihm nicht gegeben worden waren. Aber Jesus ist das Brot des Lebens. Satan hat nur die Schoten für die Schweine für uns. Aber Gott, der Vater im Himmel, hat uns das Brot des Lebens geschickt. Das ist die Speise, die Leben gibt. Das ist das, was Gott möchte für uns. Dieses Brot, das nie schimmeln wird, nie vergehen wird. Das Brot, das Leben schenkt. Der Vater gibt dem Sohn seine Würde zurück, die Satan ihm geraubt hat. Er lässt den Sohn zunächst einmal neu einkleiden. Wisst ihr, er bedeckt die entblößte Seele. Da kommt dieser Sohn, der total versagt hat, der sich schämt. Schärm und Schande kommt zu seinem Vater zurück und entblößt seine Seele, indem er vor dem Vater alles bekennt. Er hält nichts zurück. Er lässt den Vater reinschauen, tief reinschauen in seine Seele, in sein Verzagen und Versagen. Und was macht der Vater? Er bedeckt die entblößte Seele, wie damals bei Adam und Eva im Paradies Gott ihnen Kleidung gab, weil sie ihre Sünde, ihre Schuld bedeckten wollten, weil sie merken, dass sie nackt waren. Er bedeckt seine entblößte Seele mit Kleidern des Heils. Er tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, als Zeichen, dass er wieder zur Familie gehört. Das gemästete Kalb war da zur damaligen Zeit etwas ganz Besonderes. Aber der Vater, der ist bereit, es für diesen Anlass zu opfern. Das war ein Ausdruck unglaublicher Freude, die der Vater empfand, dass der verlorene Sohn wieder zurück nach Hause gefunden hat. Christus, der Sohn, da hat der Vater seinen Sohn geopfert, damit wir nach Hause kommen, damit wir angezogen werden von ihm, der dort am Kreuz hängt, für uns mit ausgebreiteten Armen und uns ruft nach Hause, wie eine Henne, die Küchen ruft, dass sie unter ihre Flügel kommen. Jesus das einmal dargestellt hat. Er ruft uns. Was bedeutet es für unser Leben? Zu einem wahrhaft guten und erfüllten Leben können wir nur dann finden, wenn wir heimkehren, zurück zu unserem himmlischen Vater. Du brauchst nicht mehr weiter zu suchen. Komm zu ihm und du hast es gefunden. Das werden wir aber nur tun, wenn wir uns demütig eingestehen, dass wir fern von Gott leben und sein Vermögen für ein Leben vergeudet haben, das weder den Mitmenschen noch Gott ehrt. Wir müssen es uns eingestehen. Wir kommen alleine nicht klar, auch wenn wir das gedacht haben. Auch wenn wir vielleicht auf Dinge bauen, auf irdische Dinge und wir denken, wir brauchen Gott nicht, ob es Reichtum, Bildung oder was auch immer ist, dass wir denken, wir sind zu clever für Gott. Ja, wie manche sagen, wie kann man als aufgeklärter Mensch noch an solche Märchen glauben? Nein, die Bibel ist kein Märchenbuch. Sie ist alt. Die Bibel nicht das Wort, aber immer noch gültig, immer noch aktuell, verändert immer noch Leben, das Leben von Menschen. Wir haben hier nicht nur den geduldigen Vater und den wartenden Vater. Der Vater ist auch gewinnend. Er möchte uns gewinnen. Er möchte unsere Herzen gewinnen. Er möchte dich gewinnen für die Menschen draußen, die verloren gehen. Und er wollte auch seinen ältesten Sohn gewinnen, dass er sich freut über den heimgekehrten, jüngeren Sohn. Wisst ihr, die Reaktion des älteren Sohns zeigt uns, dass er das gnädige Handeln des Vaters nicht nachvollziehen und die Freude nicht teilen kann. Anstatt dem Vater zu vertrauen und zu sagen, der Vater wird es schon wissen, wenn er das so macht, das wird gut sein. Ich vertraue dem Vater. Er fängt an zu murren. Dieses Wort murren, das kennen wir aus dem alten Testament. Das folgt Israel in der Wüste, die auf dem Weg ins verheißene Land waren. Die haben gemohrt. Warum haben sie gemohrt? Weil sie auf die Umstände gestaut haben, aber nicht auf den Vater. Der Vater weiß, was er tut. Er macht keine Fehler. Der Sohn hätte ja auch ein Loblied anstimmen können, das der Bruder endlich wieder nach Hause gefunden hat. Amazing Grace. Da ist kein Loblied. Er selbst hat seinem Vater immer treu gedient und nun wird dem treulosen Bruder solche Ehre zuteil. Wisst ihr, hier wird der im Verhalten des Vaters und des älteren Sohnes wird der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade deutlich. Das bedeutet aber nicht, dass Gott die Treue derer, die gehorsam sind und seinen Willen tun, nicht schätzen oder vergessen würde. Gott sieht das. Das ist eigentlich unsere Berufung, dass wir Gott dienen. Er hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen, die wir tun sollen. Das ist alles richtig. Und das war auch gut, dass der ältere Sohn dem Vater dort gedient hat. Aber irgendwas hat er übersehen. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass es eine Alternative zu der Liebe gibt, die der Vater hier unter Beweis stellt. Die Liebe, die der verlorene Sohn durch den Vater erfährt. Das ist ganz wichtig. Dass wir nicht nur dem Vater dienen, sondern, dass wir ihm auch lieben und dass wir auch die Verlorenen lieb haben und die Zurückkehren lieben. Die Quelle unseres Gehorsams soll die Liebe zum Vater sein. Das wird uns helfen, uns seinem Willen und seiner Autorität unterzuordnen. Was ist das Motiv, dass ich ihm diene? Es sollte die Liebe sein. Aus Liebe sollten wir ihm dienen. Sonst werden wir frustriert sein am Ende und auch frustriert über so etwas, was Jesus hier erzählt. Aus der Sicht des älteren Sohnes ist das Handeln des Vaters dem ihm gegenüber, also dem älteren Sohn gegenüber, der so treu gedient hat, ist das ungerecht. Und so werden sicher auch die Pharisäer und Schriftgelehrten das gesehen haben, die nämlich dabei standen. Doch auch dem älteren Sohn wendet sich der Vater in seiner liebevollen, geduldigen Art zu. Der Vater versteht den Sohn. Er versteht ihn. Gott versteht uns. Auch wenn wir Gott manchmal nicht verstehen. Aber Gott versteht uns. Er versteht die Gefühle, die den älteren Sohn bewegt haben. Aber er möchte ihn umstimmen. Er möchte ihn gewinnen für sein gnädiges Handeln. Gott möchte, dass auch der ältere Sohn das versteht, das versteht, wie der Vater denkt, wie der Vater handelt. Der Vater handelt aus Liebe, nicht aus Pflichtbewusstsein. Dieser ältere Sohn, da stand im Vordergrund, Priorität hatte vielleicht dieses Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein, aber die Liebe zum Vater. Der Vater will durch sein Verhalten gegenüber dem zurückgekehrten Sohn nicht den Eindruck erwecken, dass die Treue, mit der der älteste Sohn sein ganzes Vermögen für den Vater eingesetzt hat, nicht lobenswert wäre. Das sagt er doch gar nicht. Das Vaterbild jedoch, das hinter der Haltung des älteren Sohnes steht, das stimmt uns nachdenklich. Seine Worte werfen die Frage auf, ob er mit einem fröhlichen Herzen die Gegenwart des liebenden Vaters genossen hat und aus Liebe bei ihm geblieben ist oder nur aus Pflichtbewusstsein. Unser Fokus soll auf die Liebe, die Beziehung zu Gott gerichtet sein, nicht auf das, was wir für ihn tun. Konnte der ältere Sohn, der nur mit seinen Freunden fröhlich sein, nicht mit dem Vater, hatte er verlernt, die Gegenwart des Vaters zu schätzen? Er sagt, niemals hast du mir ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. War er mit dem Vater nicht fröhlich? Das sind Fragen, die dabei aufkommen. Was bedeutet das für die, die sich bereits vertrauensvoll in Christus, der Fürsorge des himmlischen Vaters, anvertraut haben? Wer im Glauben lebt und Gott treu dient, der soll dies aus Liebe und Dankbarkeit tun. Er soll sich nicht über Gottes Gnade und Barmherzigkeit ärgern. Er soll nicht mit Unverständnis reagieren, wenn Gott sich auch den Zurückgekehrten erbahnt. Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Der Vater hat den Zurückgekehrten Sohn nicht verklagt. Aber der Bruder, der auf einmal, der sagt uns, womit er eigentlich sein Geld vergeudet hat. Nicht der Vater, das erfahren wir von dem Bruder. Der Bruder verklagt seinen zurückgekehrten Bruder an. Und da habe ich mich gefragt, leben wir als Christen eine Willkommenskultur? So ein Wort, das so bei uns so entstanden ist, Willkommenskultur. Und das ist meine Frage. Leben wir das auch? Oder sagen wir das nur? Leben wir eine Willkommenskultur? Dieser älteste Sohn, der hat keine Willkommenskultur gelebt. Oder schrecken wir heulige Sünder oder die Suchenden eher ab? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen so sein wie der Vater. Die Zurückgekehrten, die Verlorenen willkommen heißen. Jesus sagt, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Haltung des Vaters. Das ist das, was das Vaterherz bewegt und zum Schmelzen bringt. Wenn die Verlorenen sieht, dass Menschen sich entfernen von ihm und glauben, irgendwo draußen das Glück und Freude zu finden und kommen frustriert und geschunden zurück. Ist ihr, die Liebe Gottes möchte die verzerrten, oder der Vater möchte die verzerrten Bilder, die wir vielleicht von Gott haben, entzerren? Ein Mann saß im Zugabteil am Fenster im Zug und wagte es nicht, seinen Blick auf die vorbeiziehende Landschaft zu richten. Er war im Abteil. Vor Jahren hatte er sich von seiner Familie trennen müssen, weil er mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wie es so schön hieß. die Schuld nagte an seinem Herzen. Man sah es ihm an. Er konnte diese Schuld nicht einfach loswerden. Er fühlte sich auch schuldig seinen Eltern gegenüber, Familie gegenüber, Verwandtschaft, hat dem Ruf geschadet. Er hatte seiner Familie als das Gefängnis, als er entlassen worden war, er hatte seiner Familie geschrieben, dass er sie nicht belästigen wolle, wenn sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Er würde mit dem Zug an ihrem Haus und Hof vorbeifahren und auch an dem Baum, in den er schon als Kind seinen Namen geritzt hatte. Wenn sie wirklich nichts mehr von ihm wissen wollten, dann bräuchten sie nichts zu unternehmen. Er würde einfach an dem Baum und an dem Haus vorbeifahren, nur einen Blick darauf werfen und weiterfahren, immer weiter und er würde nie mehr zurückkehren. Wenn sie aber eine kleine Chance sehen würden, dass er sich bei ihnen einfinden könnte, dass er zurückkommen könnte nach Hause und wenn es nur für ein paar Tage sei, dann sollten sie doch ein buntes Band in den Baum hängen und er würde das Band sehen. Der Zug fuhr ja geradewegs an diesem Baum vorbei und wenn dort in dem Baum wirklich ein Band hängen würde, dann würde er am nächsten Bahnhof aussteigen und dann würde er zurückkehren nach Hause. Noch konnte er den Baum nicht sehen, wenige Sekunden noch, seine Hände verkrampften sich. Der alte Eichenbaum kam ins Blickfeld des Mannes, der sich vor diesem Augenblick so gefürchtet hatte, seine Hände verkrampften noch mehr und dann sah er den Baum. Tränen standen in seinen Augen, er senkte den Blick, er konnte es kaum glauben, was er dort sah. Da hing nicht nur ein einzelnes Band im Baum, nein, der ganze Baum war über und über mit Bändern behangen. Sie flatterten im Wind wie bunte Vögel, 100, vielleicht sogar 200 Bänder, unübersehbar. Die Botschaft war eindeutig, wir erwarten dich, wie der Vater, der Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, um dich wissen zu lassen, wie unendlich wertvoll du für den himmlischen Vater bist. Im Wind des Heiligen Geistes, da flattern bildlich gesprochen eine Fülle von Verheißungen im Baum des Lebens für dich. Komm nach Haus und hol sie dir ab, löse sie ein. Verheißungen, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Du bedeutest ihm alles und zwar über deine ganze, über deine erdische Existenz hinaus. Er möchte dich in der Ewigkeit haben. Es geht um die Herrlichkeit und Ewigkeit. Es geht nicht um Religion, es geht um den Vater, es geht um Beziehung, es geht um Jesus, den er gesandt hat. Seine Liebe und Barmherzigkeit sprengen auch heute noch jeden Rahmen des Bildes, das wir uns vielleicht von Gott gemacht haben. Gott ist größer als all unser Versagen, als all unsere Irrtümer. Und wenn du ein verzerrtes Bild von Gott haben solltest, dann ist heute der Tag, um es korrigieren zu lassen. Und wenn das ist, dann ist wie wir wir haben. Vielen Dank.